Jetzt möchte ich Ihnen ein bisschen was erzählen in Vorbereitung der entsprechenden Präsenzveranstaltung, insbesondere über Providerverantwortlichkeit oder Providerhaftung, ein bisschen auch was darüber, wie man Verträge im Internet schließt, wie man informieren muss und wie ein entsprechendes Impressum aussieht. Aber lassen Sie mich beginnen mit der Providerverantwortlichkeit. Übrigens fange ich deswegen damit an und habe alles hier in einem Kapitel zusammengefasst, weil all das durch eine europäische Richtlinie vorgeformt ist, auf die ich etwas später noch eingehen werde, in der alle diese Bereiche abgedeckt sind. Diese Richtlinie heißt E-Commerce-Richtlinie und stammt aus dem Jahr 2000. Das ist eine europäische Richtlinie. Aus der Einführungsveranstaltung wissen Sie, die muss im nationalen Recht erst umgesetzt werden. Aus der Jahreszahl 2000 wissen Sie, das ist jetzt nicht gerade erst gestern beschlossen worden, sondern das ist schon eine ganze Weile auf der Welt. Und warum ist das schon eine ganze Weile auf der Welt? Weil es eigentlich seit den 90er Jahren immer wieder dieselben Probleme gibt, die sich in unterschiedlichen Konstellationen immer wieder aufs Neue stellen. Nämlich Probleme, die sich daraus ergeben, dass man im Internet, anders als in der wirklichen Welt, in aller Regel nicht eine Face-to-Face-Kommunikation, eine One-to-One-Beziehung hat, sondern dass in dieser One-to-One-Beziehung immer mindestens eine Dritte oder ein Dritter dabei ist. Das ist nämlich der, der diese Kommunikation ermöglicht. Den nenne ich jetzt einmal ganz untechnisch einen Provider. Das kann jemand sein, der den Zugang zum Internet möglich macht, also die Telekom Austria oder UPC. Das kann aber auch jemand sein, der eine Infrastruktur zur Verfügung stellt, damit Leute etwas auf dieser Plattform tun. Also Facebook oder Amazon wären dafür Beispiele. Im Grunde sind das beides, das rechtlich gesehen, sehr ähnliche Phänomene. Nämlich es gibt nicht nur zwei Leute, sondern es gibt drei Player im Raum. Und seit den 90er Jahren gibt es dann immer das gleiche Problem, nämlich wofür soll dieser dritte Player im Raum verantwortlich sein? In den 90er Jahren hat man das geführt an einem Verfahren, wo ich Ihnen ganz kurz hier sozusagen Rechtsgeschichte noch bringen möchte. Nämlich ein Fall, ein Verfahren, das folgenden Inhalt hatte oder folgenden Sachverhalt zum Inhalt hatte. Es gab damals in den 90er Jahren etwas, was Usenet hieß. Das war so eine Art virtuelles schwarzes Brett, eine Art von dezentrales Facebook, wo man also zu unterschiedlichen Themen sich austauschen konnte. Also zum Beispiel zum Thema, wie man IT-Recht gestalten soll. Da gab es eine eigene Newsgroup, die hieß dann alt.de-sotz-recht, IT. Aber es gab auch solche Newsgroups, die hießen dann halt alt-binaries-preteen. Und im ersten Fall, bei der rechtlichen, hat man sich beschäftigt mit IT-rechtlichen Fragen. Im zweiten Fall hat man sich beschäftigt mit dem Austausch von Kinderpornografie. Und die damals schon in den 90er Jahren verhandelte Frage war nun, soll jemand, wie dieser Herr Somm, um den es damals ging, der der Geschäftsführer eines großen damals operierenden Internet-Access-Providers war in Deutschland, über den man diese Usenet-Foren abonnieren konnte und konsumieren konnte, soll dieser Herr Somm dafür verantwortlich gemacht werden, dass über diese Newsgroup Kinderpornografie verbreitet wird. Der Herr Somm ist damals erstinstanzlich verurteilt worden zu einer durchaus erheblichen Strafe, strafrechtlich also verfolgt worden, weil man ihm den Vorwurf gemacht hat, er wäre mitverantwortlich für die Verbreitung dieser Kinderpornos. Und das Argument des Herrn Somm und seither das Argument jedes, mit dem er übrigens erfolgreich war letztlich, und das Argument seither jedes mit der Materie befassten Stakeholders auf Seiten der Provider ist, zu sagen, das können wir nicht sicherstellen, denn wir sind hier ja nur sowas wie die Post, wir sind also sozusagen der Briefträger, aber nicht die Autoren und auch nicht die Ursache des jeweiligen Verstoßes. Und das führt dazu, dass man seit den 90er Jahren in dieser E-Commerce-Richtlinie im Grundsatz entsprechende Verantwortlichkeitsprivilegierungen vorsieht. Die Diskussion, die wir damals über Kinderpornografie geführt haben, führen wir aber in ganz ähnlicher Form heute immer noch. Wir führen sie nämlich heute unter dem Stichwort Hate Speech oder Fake News oder unter dem Stichwort Wahlbeeinflussung, Propaganda auf Facebook immer wieder aufs Neue. Überall dort stellt sich immer noch wieder dieselbe Frage, nämlich inwiefern kann man von dem Provider verlangen, dass er für Urheberrechtsverstöße, für Straftaten, die im Meinungsäußerungsbereich liegen, aber auch einfach für unangenehme sonstige Dinge mitverantwortlich sein soll und mitverantwortlich gemacht werden. Das steht grundsätzlich in dieser Richtlinie und neben diesem Grundsätzlichen stehen noch einige andere Dinge auch. Also es geht dann nicht nur um die Verantwortlichkeitsprivilegierung, sondern es geht auch noch gleich darum, wie man als entsprechender Provider agieren muss, damit sichergestellt ist, dass die Kundinnen und Kunden ordentlich informiert sind und dass sie wissen, wie man entsprechend vertraglich tätig wird. Das ist eine Richtlinie, deswegen ist sie in Österreich auch in einem nationalen Gesetz umgesetzt. Das entsprechende Gesetz heißt E-Commerce-Gesetz. Wer möchte, sieht das nach auf der Webseite des Rechtsinformationssystems. Da finden Sie dann alle diese Punkte im Detail ausgeführt und es ist für Sie immer dann relevant, wenn Sie einen Dienst der Informationsgesellschaft betreiben. Was das ist, steht auch im Gesetz. In aller Regel ist das dann der Fall, wenn Sie nicht ein Rundfunkprogramm bringen und wenn Sie nicht ein reiner Telekommunikationsdienstleister sind, aber eine Dienstleistung im Internet erbringen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit sind Sie im Anwendungsbereich dieses Gesetzes, wenn Sie zum Beispiel eine Webseite betreiben, über die Sie Ihre Dienstleistungen offerieren. Sie sind im Anwendungsbereich dieses Gesetzes, wenn Sie Blog-Autorin oder Blog-Autor sind, Sie sind im Anwendungsbereich dieses Gesetzes, wenn Sie irgendwo anfangen Code zu sharen, den Sie geschrieben haben. Alle diese Dinge sind wahrscheinlich ein Dienst der Informationsgesellschaft und es gelten die entsprechenden Regeln. Die gute Nachricht eins ist, wenn Sie sowas sein wollen und wenn Sie sowas tun wollen, wenn Sie einen Dienst der Informationsgesellschaft anbieten wollen, dann brauchen Sie dafür keine eigene Zulassung. Anders als zum Beispiel, wenn Sie jetzt heute beschließen, ein Fernsehprogramm zu machen. Wenn Sie heute ein Fernsehprogramm beginnen wollen, brauchen Sie eine Genehmigung. Wenn Sie heute ein zweites YouTube gründen wollen, dann brauchen Sie das nicht. Warum? Weil Fernsehprogramm gleich Rundfunk, YouTube gleich Dienst der Informationsgesellschaft. Weil aber das so einfach ist und weil es diesen Dritten immer am Tisch gibt, gibt es auch seit den 90er Jahren immer jemanden, der sagt, Hallo, wir haben da auch noch Interessen und wir müssen jetzt auch gehört werden und unsere Geschäftsmodelle dürfen nicht kaputt gemacht werden. Und dazu gehören insbesondere Rechteinhaber, Urheberrechteinhaber. Deswegen man seit den 90er Jahren darüber diskutiert, wie garantiert man in diesem in diesem chaotischen unter Anführungszeichen Internet die Wahrnehmung der Rechteinhaber, der Rechte der Rechteinhaber. Dazu gibt es auch eine eigene Richtlinie, die sogenannte InfoSociety-Richtlinie aus dem Jahr 2001, abgekürzt InfoSoc-Richtlinie typischerweise. Sie sehen, das ist in einem zeitlichen Zusammenhang mit der E-Commerce-Richtlinie. Das ist kein Zufall. Das ist eben deswegen so, weil die Rechteinhaber immer auch und vielleicht auch zu Recht sagen, uns darf man hier nicht vergessen, wir müssen unsere Rechte auch geltend machen. Auch diese Diskussion führen wir heute immer noch. Wenn Sie heute nachschauen und sich überlegen, soll YouTube verpflichtet werden, Upload-Filter einzuführen, also einen Urheberrechtscheck zu machen, bevor ein Nutzer etwas hochladen kann, dann ist das im Grunde genommen dieselbe Diskussion wie schon vor 20 Jahren. Sie beschäftigt uns immer wieder aufs Neue. Auch in der Enforcement-Richtlinie geht es letztlich um Durchsetzung von Eigentumsrechten. Und da stehen dann solche Dinge drinnen, hier jetzt in der InfoSoc-Richtlinie, dass die Mitgliedstaaten zwar auf der einen Seite in der E-Commerce-Richtlinie Verantwortlichkeiten privilegieren sollen und auf der anderen Seite aber sicherstellen müssen, dass Rechteinhaber immer noch ihre Rechte durchsetzen können. Deswegen gibt es da auch ein größeres dahinterliegendes Spannungsverhältnis zwischen Datenschutz und Informationsbewahrungsinteressen auf der einen Seite und immaterialgüterrechtlichen geistigen Eigentums-Durchsetzungsinteressen. Auf der anderen Seite dieses Spannungsverhältnis macht dieses Rechtsgebiet ganz außerordentlich interessant. In Österreich, auch das sei noch ganz kurz jetzt schon im Vorfeld gesagt, hat man sich übrigens dazu entschlossen, die Verantwortlichkeitsprivilegierung nicht nur auf den klassischen Provider anzuwenden, sondern auch bei Links einzuführen. In Österreich ist also ausdrücklich geregelt, dass jemand wie Google oder jemand wie ein Blogger, der irgendwo einen Link hinsetzt, auch eine Verantwortlichkeitsprivilegierung genießt, also nicht dafür verantwortlich gemacht werden soll, wenn das, worauf gelinkt wird, seinerseits rechtswidrig ist. Wenn Sie dann als solcher Dienst der Informationsgesellschaft sind und also als Dritter am Tisch sitzen, dann ist es sehr wichtig, dass die beiden anderen wissen, wer Sie sind und auch wissen, wo man Sie erreicht, wenn man irgendetwas gegen Sie vorbringen möchte oder wenn man mit Ihnen irgendwie zu tun haben möchte, auch einfach nur eine Frage stellen möchte. Deswegen sieht die E-Commerce-Richtlinie wie auch das österreichische E-Commerce-Gesetz eine relativ umfangreiche Liste vor von Informationen, die Sie vorhalten müssen, damit Sie gut erreichbar sind. Das ist sozusagen die Gegenbewegung dafür, dass man Sie von Verantwortlichkeiten freistellt und die Gegenbewegung dafür, dass man sagt, Sie dürfen einfach damit anfangen, Sie brauchen keine spezielle Zulassung. Sie müssen dann aber entsprechende klare Angaben machen, da gehört also zum Beispiel dazu Ihr Name, wer sind Sie überhaupt, aber auch Ihre Adresse, wo erreicht man Sie und solche Dinge wie, was ist eigentlich, wie erreiche ich Sie elektronisch und nicht nur auf dem Postweg. Impressumspflicht ist ein entsprechendes, ganz wichtiges Element. Deswegen, das ist der Grund, warum es eigentlich auf jeder Webseite unten irgendwo einen Punkt gibt, der lautet Impressum, weil es eine entsprechende relativ klar detaillierte Vorgabe gibt. Wenn Sie Verträge über Ihren Dienst der Informationsgesellschaft abschließen wollen, dann gilt eigentlich das Gleiche, was ich gerade vorher schon gesagt habe. Dann muss das Gegenüber nämlich wissen, mit wem habe ich es überhaupt zu tun. Wenn Sie also einen entsprechenden elektronischen Vertrag anbieten, das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn Sie irgendwelche Inhalte zum Download-File bieten oder wenn Sie jemandem eine Dienstleistung anbieten, die der Betreffende dann in Anspruch nehmen kann, dann schließen Sie Verträge ab. Dann gibt es weitere Informationen, die Sie vorhalten müssen. Also zum Beispiel müssen Sie dann Ihr Gegenüber darüber informieren, wo sich der im jeweiligen Bestellprozess befindet. Das erkennen Sie zum Beispiel ganz eindeutig. Wenn Sie irgendwann mal was bei Amazon bestellt haben, dann werden Sie sehen, dass wenn Sie dann nicht die One-Click-Bestellungsfunktion verwenden, sondern den regulären Einkaufskorb, dann sehen Sie sehr deutlich dort ausgeschildert, bevor Sie da draufklicken, dass Sie jetzt in diesem Moment einen Vertrag und eben erst jetzt und nicht schon vorher einen Vertrag abschließen. Warum ist das so? Weil da eine entsprechende Verpflichtung besteht, dass Sie eben ganz klar darüber informieren, wann ein entsprechender Vertrag abgeschlossen wird. Die gute Nachricht hier ist, Sie können aber so gut wie jeden Vertrag auch elektronisch abschließen, so gut wie jeden Vertrag auf diesem Weg sicherstellen. Sie müssen dann halt sicherstellen, dass Sie diese entsprechenden Vorgaben auch noch eingehalten haben. Herzlichen Dank.